Herzlich Willkommen bei Game Over Brettspiele. Ja, da ist er wieder und ich freue mich auch endlich drauf, dass ich ihn wieder bringen kann. Mein Monatsrückblick an alle, die ihn vermisst haben, an alle, die drauf gewartet haben, dass er mal wieder kommt, weil er jetzt ausgefallen ist. Sorry Leute, aber jetzt ist er wieder da. Ich hatte viel um die Ohren, die Messe in Essen und ich wollte auch noch ein paar andere Videos machen. Ristita hat mich beschäftigt, das Ganze zu übersetzen und ich wollte auch nochmal ein Einzelvideo zu Hegemoni machen, was ja auch gekommen ist. Das hat mich alles so ein bisschen davon abgehalten, aber ich habe wieder auch schon vermisst, das Format Monatsrückblick. Keine Angst, es fällt nicht weg hier auf meinem Kanal. Jetzt kommt mein Monatsrückblick für den Oktober und da habe ich eine Menge Spiele gespielt. Ganze 26 Titel, meine Güte, da kann man schon mal sagen, das ist, was da stattfindet, ist bulimisch. Die Leute fressen und dann kotzen sie es wieder raus, oder? Aber bevor wir anfangen, muss ich euch noch ein kleines Geständnis machen, einen kleinen Disclaimer. Ich bin zu faul zu recherchieren. Ich glaube, der Autor ist Franzose. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und deswegen werde ich die Autoren für meinen Monatsrückblick einfach mal komplett weglassen. Ich werde einfach meine Freizeit und mein Hobby einfach dafür nutzen, um euch zu erzählen, was mir an dem Spiel Spaß gemacht hat, was mich einfach überzeugt hat, was meine Meinung war, wie ich dazu stehe. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Verliehen wir aber keine weitere Zeit. Die 26 Titel berichten sich ja nicht von alleine. Wir beginnen. Den Auftakt macht Surfosaurus Max. Da seht ihr schon, das Spiel schreit nach Spaß. Und genau das ist es auch. Es ist ein kleines, lustiges Filler-Spiel, was man sehr gut spielen kann. Was mir sehr gut gefällt, was ich auch mittlerweile schon ein paar Mal gespielt habe. Aber was müsst ihr machen? Ihr habt Karten auf der Hand, Zahlenwerte von 1 bis 12. Weiterhin sind auf den Karten lustige, surfende Dinosaurier drauf. Und wir müssen versuchen, beziehungsweise alle müssen versuchen, Karten zu legen, sodass ein möglichst hohes Pokerblatt gelegt wird. Da habt ihr so eine kleine Übersichtskarte, was wie viel Wert ist oder wie viele Punkte es bringt. Und wenn eure Karten am höchsten Blatt beteiligt sind, dann bekommt ihr Punkte. Der Clou daran ist, legt ihr besonders hohe Karten, mit denen sich sowas sehr leicht spielen lässt, bekommt ihr weniger Punkte, wenn ihr es mit niedrigeren Zahlen schafft. Und da bekommt ihr schon richtig ordentlich gute Punkte. Und besonders witzig ist es, wenn andere Spieler euch gleich mit euch gleichziehen, dann kriegt ihr nur die Hälfte der Punkte. Und diese Punktekarten legt ihr ganz stylisch unter volle Kokosnüsse oder halbe Kokosnüsse, um euch das am Ende anzuzeigen. Das finde ich sehr cool gemacht, um Punkte am Ende des Spiels nachzuhalten. Und was auch stark ist, ist, jetzt fliegen hier die Karten raus, die muss ich euch unbedingt zeigen. Das Ding ist einfach nur ein reines Prestige-Objekt, hat mit dem Spiel nicht wirklich was zu tun. Startspieler-Marker, da der Surfrosaurus Max, den ihr sehr cool auf eure Surfbrett-Karte stellen könnt. Kleines Gimmick, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, wie schon gesagt. Aber das Spiel ist Surfrosaurus Max, macht mir ja richtig viel Spaß, das spielt sich super locker. Und ja, mega witziges Kartenspiel. Halten von Lusigusi Games, gefällt mir sowieso gut. Mein Überraschungsverlag, den ich jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren entdeckt habe für mich, allein schon mit Black Tales, das fand ich richtig cool. Also, das Laserfrog steht noch aus, das würde ich noch spielen, was ich da bekommen habe. Aber das ist ja, was das magst du, der hat von mir auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung. Und das war ein sehr, 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 sehr cooles Messe-Mitbringsel, was ich da ergattern konnte. Ein Spiel, was überhaupt nicht auf meiner Liste stand, was auch jetzt nicht das neueste Spiel ist, das gibt es wohl schon eine Weile, da sind jetzt aber noch ein paar Ableger von entstanden. Das ist Tinder-Blocks. Tinder-Blocks ist jetzt auf jeden Fall nicht für jeden was. Mich hat es an der Messe gecatcht, ich hatte gerade nichts zu tun, bin an den Stand hingegangen, was war es, Ali-Cat-Games war es. Und da hat mich eine Frau angeguckt und gesagt, guck mal, hier, Runde, hier Tinder-Blocks. Ja, komm, scheint schnell zu gehen, scheint lustig zu sein. Und wir müssen mit einer kleinen Pinzette versuchen, anhand von Karten, die wir ziehen, die uns Vorgaben machen, ein Lagerfeuer zu richten. Mit kleinen Holzblöckchen oder kleinen Flammen-Cubes, entweder rot oder gelb. Und manchmal hat man Glück und das ist eine einfache Sache und das passt gerade zur Struktur, die man gebaut hat, man kriegt die relativ leicht draufgestellt. Manchmal hat man es ein bisschen schwieriger und dann kommt noch dazu, man muss es mit der schwachen Hand machen, je nachdem, wenn man Rechtshänder ist, muss man halt mit links machen, weiß besser. Und ja, es ist super klein, super stumpf, aber es hat so viel Spaß gemacht, ich habe es direkt mitgenommen. Ich stand nur vor der Entscheidung, welche Edition nehme ich. Es gab so eine, wie nennt man das, so eine Dämmerungs-Edition, das ist die normale. Dann gab es noch eine Nacht-Edition, nee, das ist die Tage-Edition, die Nacht-Edition und die Marshmallow-Edition. In der Dämmerung kostet auch direkt mal ein Zehner mehr dafür, dass da vier Holz-Cubes da dabei sind oder so ähnlich. Ich habe mich einfach für die einfache Variante entschieden, falls ihr da Schwierigkeiten habt. Meiner Meinung nach reicht die aus, die kriegt ihr schon so für 10, 15 Euro. Und super witziges, cooles Spielchen. Du kannst auch nochmal hier mit der Rückseite in die Kamera halten, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie es aussieht. Und wir gehen mal zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel, was ich euch hier gerne vorstellen würde, kann ich euch leider nicht vorstellen, weil ich habe es auf der Messe leider nicht mehr bekommen. Ich hatte es auf dem Schirm, ich hatte überlegt, ob ich es vorbestellen würde. Als ich mich dann so entschieden habe, dass ich es vorbestellen möchte, gab es es nicht mehr zur Vorbestellung. Ich hatte dann gehofft, dass ich es noch irgendwie kriegen würde. Leider nein. Ein Kumpel aus meiner Spiele-Runde, der hat es vorbestellt und hat es auch bekommen. Und mit dem habe ich es schon gespielt. Und es handelt sich dabei um 12 Chip-Tricks. Nein, 12 Chip-Tricks ohne das S. Wollte ja richtig sein, sonst kriege ich wieder einen drauf und der Rothaar-Ring. Und das ist ein sehr, sehr cooles Micro-Game im Stile von Blackjack, kann man sagen. Man hat drei Poker-Chips auf der Hand. Nee, vier, sorry. Vier Poker-Chips hat man auf der Hand, auch im Zahlenwert 1 bis 12. Und mit denen muss man halt versuchen, die auszuspielen. Und wenn man die ausgespielt hat, dann schaut man, wer hat in die Mitte den höchsten Chip gelegt und der darf sich als erstes einen Chip nehmen, den er dann vor sich auslegt. Und das ist schon mal ein fester Chip, der in seinem Repertoire ist. Und wenn ein Spieler vier Chips vor sich liegen hat, dann beginnt die Wertung. Wenn man über 21 Punkte hat, dann fliegt man raus. Dann hat man quasi wie bei Blackjack bei 21 den Wert überschritten. Ansonsten ist man noch drin in der Punktewertung. Und wer dann im Wert, im Spektrum 1 bis 21 den höchsten Wert hat, der ist drin. Seien alle fliegen raus. Das ist eine Sonderregel. Dann guckt man, wer hat am meisten Punkte gerechnet. Und was besonders spannend ist bei diesem Spiel, das hört sich jetzt so ein bisschen trivial an. Man legt einfach einen Chip und der, der den höchsten hat, der darf aussuchen, welchen Chip er gern für seine Sammlung haben möchte für die Wertung. Aber nein, diese Chips haben auch noch Farben. Und zwar am Ende des Punktebereichs sind die blau und in der Mitte sind die rot. Spiele ich einen roten Chip, dann muss derjenige, der den höchsten Wert gelegt hat, der darf sich dann nicht irgendeinen Chip aussuchen, sondern dann muss er erstmal einen roten nehmen. Ein beliebig roten, aber er muss einen roten nehmen. Das macht es sehr spannend und sehr taktisch und man kann echt cool tüfteln, was legt man jetzt, um sein Ziel, seine Chips, seine Werte zu erreichen, die man haben möchte. Das hat mir jetzt richtig gut gefallen und ich habe es mir auch schon vorbestellt. Ich hoffe, es kommt vielleicht noch dieses Jahr an. Würde mich sehr freuen, dann kann ich es euch vielleicht auch mal vorstellen. Ich meine, die kann man halt mal zeigen. Ansonsten, ja, sehr, sehr cooles Microgame. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir mal einen Klassiker bestellt, den habe ich auch mal bei einem Freund gespielt. Der war zufällig im Angebot und da dachte ich, komm, das hat mir Spaß gemacht. Das ist auch mal was Leichtes, was man auch mit Anfängern spielen kann. Viele Hens kennen, Abluxen, absoluter Klassiker, den er für sehr, sehr kleines Geld bekommt. Man muss hier Zahlen mit gleichem Wert ausspielen und man lauert auf die Zahlen bzw. die Karten der anderen, um die entweder abzugreifen oder denen wieder auf die Hand zu spielen, wie auch immer, und man muss gleiche Karten abspielen. Sehr simples, sehr einfaches Kartenspiel. Ich habe es, wie gesagt, bei einem Freund schon mal gespielt in einer, was haben wir, 3er-Konstellation. Das war schon ganz cool. Und dann habe ich hier mal die 2er, den 2er-Modus ausprobiert. Ja, der ist okay. Also ich würde es euch schon eher für 3-Plus-Spieleranzahl empfehlen. Gamefactory hat auch ein paar Neuheiten rausgebracht, die ich nach der Messe bekommen habe. Eins davon ist Avimbawe. Avimbawe hat mich interessiert, weil es sehr ähnlich zu Claim ist. Und ihr wisst, meiner Freundin und mir gefällt Claim sehr gut. Das ist ja unser Urlaubsspiel schlechthin. Wir haben auch alle möglichen Editionen davon. Und Avimbawe geht in eine ähnliche Richtung. Es ist primär als 2-Personen-Stichspieler ausgelegt. Es gibt natürlich noch Regeln da drin und Karten, noch extra Karten da drin, dass man es auch mit 3-Spielern und in einem Team-Modus sogar spielen kann, mit 4-Spielern, was ich sehr cool finde. Ich habe es jetzt mit meiner Freundin zu zweit ausprobiert. Wir wollten natürlich mal gucken, ob es dem Claim standhalten kann. Claim hat natürlich so ein First-Mover-Advantage, wie man so schön im Marketing sagt, dass wir jetzt einfach so eine Art Stichspiel zuerst gespielt haben. Avimbawe macht folgendes für die, die sich jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil es hier um Stichspiel geht, für die, die Stichspiele mögen. Was ist der Clou an Avimbawe? An Avimbawe ist folgendes. Also da gibt es 2 Sachen, die interessant sind. Und ne, 3 Sachen, die interessant sind, die ich euch hier sagen muss. Also generell, es funktioniert primär wie ein Stichspiel. Stichspiele kennt ihr. Und es ist aber so, dass ihr halt eure Stichkarten auf der Hand habt. Und vor euch habt ihr noch 4 Karten ausliegen, wovon halt auf jedem Stapel der 4, 2 Karten liegen. Also ihr habt 8 Karten ausliegen in 4 Stapeln. Die oberen sind offen, die unteren verdeckt, die sieht man nicht. Und die offenen, die seht ihr. Das sind eure Karten, die ihr auch spielen könnt. Und das sind auch Karten, die halt aber eure Gegner auch sehen kann. Hinzu kommt, dass auf jeder Karte ein Tier drauf ist. Und die Tiere haben nochmal interessante Effekte, die das Spiel spannend machen. Und zwar beispielsweise, es gibt den Elefanten. Der hat keinen Effekt, aber dafür funktioniert der mit der Maus zusammen. Wenn eine Maus und ein Elefanten im Stich gespielt werden, dann gewinnt immer die Maus. Beispiel. Es gibt noch den Adler als Joker-Karte, wo man sich entscheiden kann, ob man den Stich nimmt oder dem Gegner überlässt. Also im Prinzip angreift oder flieht. Das ist lustig. Oder es gibt noch das Nashorn, was eine Karte umdreht vom Gegner, die noch verdeckt ist. Oder die einmal tauscht, sodass man halt auch nochmal die offenen, ausliegenden Karten vom Gegner so ein bisschen sehen kann. Eine Schlange, die in der Karte sperrt, die offen ausliegt, der dann nicht gespielt werden kann und so weiter. Also das macht es sehr taktisch. Finde ich sehr cool mit den Tieren, mit den Effekten, die dabei sind. Das hat Spaß gemacht. Oder auch der Twist mit den offenliegenden Karten, die man dann einkalkulieren kann. So, das sind die zwei Sachen. Die offenen, ausliegenden Karten, die Effekte der Tiere. Und was ich halt auch noch cool finde, ist, es gibt ziemlich punktestarke Karten. Das sind die Hyänen als Tier. Die haben aber den Clou, da darf man nicht zu gierig sein. Also man darf sich, es gibt insgesamt vier Hyänen. Und man will nicht alle haben am Ende in seinen Stichen, die man gewinnt. Weil wenn man es schafft, vier Hyänen zu sichern, dann ist das gar nicht so toll, weil dann hat man sofort verloren. Also da muss man auch so ein bisschen drauf achten und so spielen, dass man halt nicht alle Hyänen bekommt. Sehr schönes Stichspiel. Für Fans von Stichspielen auf jeden Fall zu empfehlen. Ob es jetzt besser ist als Claim zum Beispiel, ist schwer zu sagen. Das macht schon viel Spaß, aber ich glaube, Claim hat einfach einen Stein bei uns im Brett, weil es halt so das erste Zwei-Personen-Stichspiel war, wo man, was wir halt so, ne? Also das schwingt auf jeden Fall eine Menge Nostalgie mit. Aber, aber immer, wir auch ein sehr schönes Stichspiel. Dann hatte ich noch Besuch. Der Besuch hat ein Brettspiel mitgebracht und leider hier bei mir vergessen. Das müssen wir bei Zeiten mal wieder zurückgeben. Und zwar Bonanza, das Duell. Bonanza, Kenner kennen es vielleicht. Da geht es darum, dass man mit Bohnen handelt, Angebote macht, Bohnen tauscht, um seine Bohnenauslage zu optimieren, um möglichst viele Punkte beim Aperten der Bohnen zu kassieren. Ein sehr witziges Verhandlungsspiel. Was auch so eine gewisse Zeit dauert, wenn man es zockt. Das hier ist das Duell. Das funktioniert mit zwei Spielern. Dabei ist gesagt, da muss ich sagen, entfällt halt dieser Handelaspekt, was das Spiel ausgemacht hat. Also generell, es fühlt sich wie ein Bonanza so ein bisschen an, weil man halt auch Bohnen anpflanzt und aberntet und die Punktevergabe ähnlich funktioniert. Aber wo hier der Schwerpunkt drauf liegt, ist, dass man halt dem Gegner Angebote macht, ob welche Bohnen er nimmt und welche er nicht nimmt. Man hat in der Mitte so eine Auslage mit Bohnentypen, die man verschieben kann. Dabei kann man halt auch sagen, auch Bohnen anbieten, die man gar nicht auf der Hand hat, wenn der Gegner einschlägt, sozusagen. Also ein bisschen so ein kleines Bluff-Element. Und das ist eher so ein Eye-Cut-toe-Choose-Mechanismus, der da drin ist. Und der Handelsaspekt ist eigentlich vollständig da rausgeflogen aus dem Spiel. Dennoch eine witzige Zwei-Spieler-Variante. Wenn man halt auf Bonanza steht und häufig zu zweit spielt, dann macht das Spiel nichts falsch. Muss man halt mögen Bonanza. Für die, die es kennen, die sollten es sich mal angucken. Bonanza, das Original-Spiel, um zu gucken, ob das was für die ist. Ein weiteres Spiel, was nicht aus meinem Portfolio ist, was ich auch bei einem Freund gespielt habe, ist das Spiel Can't Stop. Ein Push-Your-Luck-Spiel, bei dem wir Bergsteiger spielen und einen großen Berg erklimmen müssen. Und zwar gibt es den langen und steinigen Weg in der Mitte, den man gut mit siebenden, achten oder neunen oder sechsten erklimmen kann. Bei dem Spiel würfel ich mit 6er Würfeln und muss mich dann entscheiden, welche Würfelkombination ich möchte. Und entsprechend erklimme ich andere Teile oder andere Seiten des Berges. Wenn ich mich in meiner Runde dann einmal für Wege entschieden habe, muss ich diese Wege auch gehen. Das heißt, ich muss dann auch mit den Würfeln, die ich neu würfel, wieder auf diese Würfelwerte kommen. Da muss ich dann halt überlegen, wie oft mache ich das. Weil wenn ich es nicht schaffe und nicht rechtzeitig aufhöre, dann fliege ich wieder dahin zurück, wo ich bei meiner Runde zu Beginn angefangen habe. Das heißt, ich muss halt so Zwischenetappen setzen und sagen, okay, ich höre jetzt auf und würfel dann beim nächsten Mal weiter. Aber ich darf auch nicht zu langsam sein, weil die Gegenspieler versuchen genau dasselbe. Versuchen auch, auf unterschiedlichen Pfaden den Berg zu erklimmen. Und die möchte ich natürlich nicht vorher den Berg oder die Spitze erreicht haben. Weil wenn die es schaffen, dann brauche ich auf der Seite gar nicht mehr weiter zu klettern. Dann wäre zuerst mit drei Zelten sozusagen, oder diese Figürchen, Zelte sind das glaube ich, die man da spielt oder Spitzhacken. Wer zuerst da immer an die Spitze gekommen ist, der gewinnt das Spiel. Und wenn ich mit einem an die Spitze gekommen bin, dann kann kein weiterer mehr diesen Pfad gehen und diese Spitze da erreichen. Ein sehr witziges Puschelack-Spiel, hat mir Spaß gemacht. Generell Puschelack ist auch was, was man immer wieder gut spielen kann, was witzig ist. Das ist klar, es ist kein strategisches Spiel, aber es kommt natürlich immer aufs Genre an, wer Puschelack mag. Wer sowas mag wie MyGoldMind, wer sowas mag wie, was ist noch ein gutes Puschelack-Spiel, was mir so einfällt. Ja, Quacksalber von Quettelburg fällt mir spontan ein, wer so eine Art Spiel mag. Vielleicht noch ein bisschen, also es ist kürzer als Quacksalber natürlich. Ja, ich glaube mit MyGoldMind kann man es am besten vergleichen, so von der Spiellänge, vom Spielgefühl, vom Puschelack-Gefühl vielleicht. Der wird daran Freude haben. Das nächste Spiel ist der Cheese Thief, zu deutsch auch der Käse Dieb. Und das Spiel habe ich jetzt schon seit einem Jahr in meinem Regal liegen gehabt, aber bin erst seit Kürzum dazu gekommen, es zu spielen. Und ich habe es einfach mal aus Spaß zu meiner Spielegruppe in Iserloh mitgenommen und das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also das haben sich sofort zwei oder drei Leute im Nachgang gekauft und seitdem wird da auch regelmäßig gespielt. Es ist ein Social Reduction-Spiel, aber falls die ersten jetzt schon angewidert abschalten, nein. Es ist vielleicht auch was für Leute, die eigentlich nicht so gerne Social Reduction spielen, weil es selbst bewirbt sich als Social Reduction-Spiel auch für Kinder geeignet. Worum geht es denn im Spiel? Wir spielen kleine Schlafmäuse. Das ist eine Rolle, die man zugeteilt bekommen kann, aber ein Spieler, der spielt den gierigen, den immer nimmer satten Käse Dieb. Und ihr könnt euch das so vorstellen, in der Mitte liegt so eine Art Schwamm ausgeschnitten in einer Käseform, das ist der Käse. Und wir kriegen halt diese Rollen zugewiesen, einer von uns ist der Käse Dieb und dann müssen wir halt die Augen zumachen. Aber bevor wir die Augen zumachen, wirfen wir noch einen sechsseitigen Würfel und schauen zu welcher Uhrzeit wir wach werden. Also entweder um 1, 2, 3, 4, 5 oder um 6 Uhr nachts. Und der, der das Ganze moderiert, man kann das auch perp machen lassen, aber das ist so eine doofe Computerstimme. Von daher nehmt euch lieber einen Moderator. Der kann natürlich auch selber mitspielen, muss halt die Augen zu haben bei den entsprechenden Stellen. Der führt euch durch die Nacht, der sagt immer Augen zu und dann sagt er jetzt alle 1 Uhr Mäuse Augen auf. Und wenn ihr eine Schlafmaus seid, dann guckt ihr euch nur um. Wenn ihr die Einzige seid, dann dürft ihr unter einen anderen Becher gucken, also ihr verdeckt den Würfelwurf mit so Bechern, dann dürft ihr drunter gucken und schauen, wann sind die anderen Mäuse wach geworden. Und wenn aber der Käse Dieb wach wird, dann darf der sich einen, oder nicht einen, den Käse in der Mitte heimlich stibitzen. Es kann natürlich zu lustigen Situationen kommen, da wird dann der Käse Dieb wach. Und auch Leute, die Schlafmäuse sind, die erwischen den natürlich dann in flagranti, den Käse Dieb, wie er sich den Käse schnappt. Der muss dann halt versuchen, gut zu argumentieren, beziehungsweise je mehr mitspielen, dann darf er sich auch Vertraute wählen. Da kann er dann auch Leute, die mit ihm wach geworden sind, sich zu Vertrauten machen, die dann auch gewinnen, wenn der Käse Dieb gewinnt. Also im Prinzip teilt er den dann wahrscheinlich, so kann man es sich thematisch vorstellen. Und ja, es ist einfach ein super schönes, lustiges Social-Dedict-Spiel, bei dem wir schon viel gelacht haben und was immer und immer wieder gespielt werden möchte von der Spielerunde-Gruppe. Und da hätte ich gewusst, was da für ein Potenzial oder für ein Spaß drinsteckt. Ich hätte es auch schon viel früher ausprobiert. Und da sieht man auch mal manchmal dran, was für Schätze man im Regal hat. Das nächste Spiel, was ich gespielt habe, ist Dice Throne Santa vs. Krampus. Und Dice Throne ist im Prinzip ein Kniffel, ein Kniffel aus Steroiden, so ähnlich wie King of Tokyo auch ein Kniffel auf Steroiden ist. Also ein Kniffel mit Thema drin, mit Konfrontation, mit ein bisschen Action. Und das ist besonders ausgelegt für zwei Personen. Man kann es auch mit drei oder vier spielen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Es ist aber primär für zwei Spieler gedacht, also ein Duellspiel. Und bei dieser Art Spiel hat man halt so einen Charakter. In diesem Fall spielt man entweder den Santa oder den Krampus und alle haben so ein Cardboard vor sich liegen mit Charaktereigenschaften, mit Kniffelwürfeln, mit Straßen, gleichen Symbolen usw., die verschiedene Fähigkeiten auslösen. Gleichzeitig habt ihr noch ein Kartendeck, von dem ihr Karten auf die Hand zieht. Die könnt ihr mit Aktionspunkten ausspielen, um euer Board noch zu verbessern, um sofort Effekte zu triggern, um spontane Reaktionen auf gegnerische Karten oder Aktionen auszulösen. Und das ist so ein Hin und Her, einfach so ein Duellspiel, macht richtig viel Spaß. Ich habe das vor Urzeit mal mit einem Kumpel in einem ganz anderen Spieletreff, in einem Spieleverleih gespielt, wo wir da mal so eine Box gesehen haben. Von diesem Dice Throne gibt es nämlich verschiedene Boxen, verschiedene Seasons, verschiedene Charaktere, die man sammeln kann, die man sich betteln kann. Aber es reicht davon aus, wenn ihr es zu zweit spielt, eine Box zu haben oder wenn ihr es mit mehreren ausprobieren wollt, zwei Boxen mal zum Antesten. Es ist ziemlich witzig. Ich bin auch super zufrieden mit dieser Box. Ich habe es mit meiner Freundin jetzt schon mehrfach gespielt. Ja, sie spielt immer den Santa, ich spiele den Krampus, vielleicht tauschen wir auch mal die Rollen, wäre ganz witzig. Und ich habe auch noch eine andere Box da liegen und zwar, die haben wir auch schon getestet, die Verfluchte Piratin und der Tüftler. Die bringen nochmal ein bisschen anderes Flair mit, aber im Grunde ähneln sich die Boxen, deswegen ist halt die Frage, ob ihr alle haben müsst. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, was mir viel Spaß macht. Alle werde ich wahrscheinlich nicht sammeln, aber die, die ich habe, vielleicht kommt mal eine dazu, wenn wir ein bisschen Abwechslung brauchen, mal schauen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so auf dieses Würfeln und sich gegenseitig die Lebenspunkte runterhauen steht. Also wenn ihr da einfach mal, wenn euch Kniffel und sowas gefällt, Pusche Lock, wenn ich King of Tokyo gefällt, dann solltet ihr euch das auch mal angucken, als Duellvariante, besonders für zwei Spieler. Und ich habe noch ein weiteres Spiel gespielt, was ich aber auch nicht hier habe, was sich ein Freund von mir geholt hat, frisch von der Messe. Evenfall nennt sich das Spiel, dem gut informierten, dem sagt das Spiel vielleicht schon was für alle, die das nicht sagt, ein kurzer Abriss. Und zwar geht es darum, ihr spielt einen Hexen- oder einen Magier-Clan, genau einen Magie-Clan und habt eure kleinen Hexenfigürchen, Zaubererfigürchen. Und die müsst ihr clever einsetzen, ihr müsst die Hexen zu Orten schicken und die Zauberer schickt ihr auf eure Karten, die ihr im Verlauf des Spiels bekommt und ausspielen könnt, um euch so eine kleine Engine zu bauen, um dort nochmal Effekte abzureißen, Siegpunkte zu sammeln. Und da konkurriert man immer so ein bisschen um die Orte, aber ansonsten habt ihr nicht so viel Interaktion, ihr habt ein bisschen positive Interaktion. Es gibt Karten, da sagt er, wenn ich jetzt das hier mache, dann kriegt der andere auch noch das oder das, weil das so stark ist, was ich da gerade mache. Also das ist so der Rahmen, also das ist ein Spiel, was ich mir eher nicht geholt habe, weil es für mich so ein bisschen zu solitär, ein bisschen zu nett nebeneinander her ist, sage ich mal. Was haben wir für Mechanismen drin? Ihr habt es vielleicht schon rausgehört, ihr habt natürlich ganz klare Workerplacer, ihr setzt Hexen auf Orte, die ihr rausschickt. Da konkurriert ihr so ein bisschen um die Plätze, wer zuerst kommt, mal zuerst, kriegt besondere Plätze, aktiviert besondere Effekte, sprich Karten ziehen, Ressourcen sammeln, um diese dann wieder einsetzen zu können und so weiter. Wo weniger Konkurrenz ist, ist halt auf eure eigenen Engine, weil da könnt ihr ganz gemütlich die Zauberer, die ihr noch habt, da hinstellen und das wird so ein bisschen separiert. Es gibt so ein paar Karten, Effekte, die das Ganze ein bisschen aufbrechen, wo man was hinsetzen kann und auch wenn es kein Spiel für mich ist, muss ich doch sagen, für alle, die das jetzt reizt, die da heiß drauf sind auf Engine Builder und auf Workerplacer, da muss ich zugeben, ist es ein gutes Spiel. Also es macht Spaß für Leute, die auf dieses Ronde stehen. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt nochmal haben, was aber nichts heißt. Wie gesagt, ihr wisst, ihr kennt mich vielleicht oder auch nicht, wer mich länger guckt, der kennt das. Ich mag halt Konfrontation, ich mag so ein bisschen Action, ich mag ein bisschen Area Control, so sei ich nebenan, ist nicht so unbedingt meins. Aber wie gesagt, dafür, was es ist, ist es, denke ich, sehr gut und die Publisher Genres schlagen dazu oder gucken sie es zumindest vorher erst mal an. Sowieso immer der Tipp, auch wenn ich hier sage, ist eine Empfehlung oder sowas, immer natürlich erst am besten angucken, informieren, ist ja klar, macht ihr aber sowieso. Auf zum nächsten Spiel. Dann hat Marai eingeladen zum Spieleabend, größte Runde waren wir sieben Spieler insgesamt, waren wir glaube ich, ja, wir waren sieben Leute. Und da hat sie gesagt, hier hast du nicht noch ein paar Spiele für die Größe, weil es gibt halt, man hat halt nicht unbedingt mega viele Spiele, die für sieben funktionieren. So sechs ist meistens so die magische Grenze, dann fällt es rapide ab, was man am Spielevorrat hat, was sich gut eignet für größte Gruppen. Und da habe ich mal wieder ein altes Schätzchen aus meinem Regal gekramt, was ich herausgefunden habe, ist mittlerweile gar nicht mehr zu kriegen, in der Form jedenfalls, korrigiert mich, wenn es anders sein sollte. Hier in dieser Tinbox, in dieser Blechbox von Rainer Knietzer, dem wahren Spieleentwickler hier mit 600, 700 für entwickelten Spielen. Heck, Meck am Bratwurm-Eck, beziehungsweise Heck, Meck Deluxe, wie sich diese Box hier nennt. Man kennt es, ein Push-Your-Luck-Spiel, sehr, sehr witzig, habe ich lange nicht mehr darüber geredet, tut ja richtig gut, mal wieder darüber zu sprechen. Ist auch so ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals drauf gekommen bin, ich habe das ja jetzt auch schon so lange. Also ganz ehrlich, diese Optik und der Name, da würde mich ja alles von abschrecken, das nicht zu haben, aber ich kann es trotzdem bedingungslos empfehlen, wenn man auf Push-Your-Luck-Spiel steht. Mir bereitet das immer wieder Spaß und es hat auch wieder Spaß gemacht, das in der Runde zu spielen. Wir haben es in der vollen siebener Runde gespielt, wobei ich sagen muss, ja, hat schon ein bisschen gedauert, bis man drankommt. Und auch wenn die Züge schnell gehen, würde ich sagen, also der Sweet Spot liegt bei vier, fünf Spielern. Worum geht es da? Ihr müsst halt auch würfeln und auf diesen Würfeln habt ihr ja Zahlen 1 bis 5 drauf, ein paar Würmchen habt ihr auch noch drauf auf den Würfeln. Und müsst halt gucken, okay, welche Würfel nehme ich mir? Woran macht ihr das, die Entscheidung fest? In der Mitte des Tisches liegt eine Straße aus Dominosteinen, die verschiedene Zahlen zeigen. In so einer Deluxe-Edition gibt es die 11, die 13, damit fängt es an und dann wird es verrückt, dann kommt ein ganz großer Sprung. Ich glaube, dann kommt die 20 oder 21 und dann geht es hoch bis 36. So, und ihr müsst dann halt gucken, dass ihr mit den Würfeln, die ihr würfelt, so hohe Zahlen kriegt, dass ihr euch auf jeden Fall noch so einen Stein nehmen dürft. Also in dem Spiel heißen die Dinger BWP, Bratwurmportionen, ganz wichtig. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit den Würfeln mir es schaffe, 22 zu nehmen, dann darf ich mir auch den Stein mit der 22 nehmen oder einen tieferen. Witzig ist, wenn ein Gegner einen Stein hat, zum Beispiel die 22 und der liegt, wenn man die Punkte sammelt, dann muss man die immer stapeln und der oberste, der ist immer relevant. Denn wenn ich eine 22 sammle und mein Gegner hat auch eine 22, dann stabilt sich die von seinem Stapel und dann gehört die mir. So, also man kann sich auch die Dinger wieder wegklauen, wenn man ein bisschen Würfelgeschick hat. Wie wählt man das aus, wenn ich Würfel und ich habe zum Beispiel einen Pool, Würfel, keine Ahnung, zweimal eine Eins, dreimal eine Drei und ich entscheide mich für die Drei, dann muss ich alle Würfel mit einer Drei nehmen und darf dann nochmal neue Würfel. Kriterium, ich darf mir eine Zahl, die ich mir schon mal genommen habe, also dann in dem Fall die Drei nicht nochmal nehmen und so weiter. Und nach dem System, ich will es hier nicht in aller Breite erklären, nimmt man sich halt die Würfel und muss halt gut abschätzen, würfelt man nochmal, lässt man es gut sein. Wichtig ist auch, dass man noch einen Wurm hat, dazu kommen noch Spezialisten in der Deluxe Edition, die mir ein bisschen Effekte beibringen. Ein sehr witziges Puscherlack-Spiel, wer es noch nicht kennt, ich glaube die Konversion oder irgendeine Abwandlung kriegt man bestimmt locker, auch wenn es diese Tinbox hier nicht mehr gibt. Das Spiel sollte jetzt keine Seltenheit sein. Ja, Heckmeck am Bratwurm. Und wir drücken auf die Tube, denn es sind noch ganz viele Spiele, die wollen wir auch alle durchkriegen in der moderaten Zeit, hoffe ich, beim nächsten Mal lassen wir ein bisschen mehr Zeit, wobei ich auch nicht hoffen möchte, dass ich weniger spiele. Wir kriegen das schon hin. Hegemonie, da halte ich mich kurz, denn zu Hegemonie habe ich ein eigenes Video gemacht, wer das geguckt hat, kennt meine Meinung dazu. Es ist ein Spiel, was auf jeden Fall bewundernswert ist, wie durchdacht es ist, wie krass es ist, wie thematisch es ist. Mich hat so gestört, einmal wie viel man erklären muss, mein subjektives Empfinden. Man muss extrem viel erklären, also ein Spirit Island, ein Root, auch ein, was habe ich noch so in letzter Zeit Schwieriges erklärt, Prozion 3 oder auch ein La Familia. Vielmehr leichter, habe ich in gefühlt kürzerer Zeit erklärt. Hier hat es auch extrem lang gedauert mit den ganzen Spielzügen, diese ganzen Abgiebphasen, also es gibt fünf Phasen im Spiel, eine davon spielt die Karten raus, der Rest ist Abgieb. Das hat es mir extrem aufgefallen, auf jeden Fall in diesem Spiel, weswegen es auch mich sehr gestört hat. Für Details, guck da einfach mal das Video. Ansonsten, ich werde Hegemonie nicht komplett abschreiben, ich werde es jetzt erstmal, ich brauche da auf jeden Fall erstmal ein bisschen Abstand nach der eher negativen Erfahrung, die ich jetzt von dem Spiel gesammelt habe. Ich habe da für mich so ein bisschen rausgefunden, oder mir die Frage gestellt, wo fängt Arbeit an, wo hört der Spielspaß auf? Klar, manche Spiele erfordern das, dass man sich einarbeitet, das tue ich ja auch. So ein La Familia oder ein Prozion 3, die lernen sich ja auch nicht, oder spielen sich auch nicht mal locker aus der Hand und da habe ich auch riesen Freude dran. Aber bei dem Spiel war es halt nicht so, das kann subjektiv sein, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, Hegemonie. Für die, die überhaupt nicht wissen, worum es ist, so ein ganz kurzer Abriss. Wir spielen unterschiedliche gesellschaftliche Klassen, beispielsweise Mittelschicht, Arbeiterklasse, den gibt es noch, den Staat gibt es noch und es gibt noch die Kapitalisten. Und wir versuchen alle so mit asymmetrischen Vorgehen die meisten Punkte zusammen, innerhalb von fünf Hunden. Und auf der Verpackung, das kann ich jetzt auch nochmal ganz dreist hervorheben, steht 90 bis 180 Minuten Lüge. Ein Spiel, was mir auf jeden Fall viel mehr Freude bereitet hat, war Helden müssen draußen bleiben. Mal wieder ein kooperatives Spiel, da wird sich der Matthias vom Kobo freuen, dass ich auch mal wieder was Kooperatives gespielt habe. Und zwar Helden müssen draußen bleiben. Bei diesem Spiel wird der Spieß einfach mal umgedreht. Man spielt normalerweise, man kennt es, man spielt den Helden, man rüstet sich im Shop auf, motzt sich auf, beste Rüstung gefunden, geile Waffe im Dungeon. Und dann geht es den Monstern an den Kragen bis zum Endbus, Bäm, größter Schatz oder Prinzessin Peach geborgen. Hier ist es andersrum. Hier ist es so, wir spielen eine Monsterklasse. Und es gibt neun Stück an der Zahl in diesem Spiel. Es gibt da noch irgendeine Promo, den habe ich leider nicht, den schlafenden Cthulhu. Ansonsten, jede Figur spielt sich so ein bisschen anders, bringt ein anderes Karten-Set mit. Das ist ein kleiner Mini-Deck-Bilder, wobei sich das Deckbilden in Grenzen hält. Also meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt ein paar Partien gespielt und zwar Personenanzahl 2 und 3 habe ich jetzt Erfahrung gesammelt. Haut man sich nicht so viele Karten ins Deck? Also was hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte so 3, 4, 5 Karten im Deck, aber wahrscheinlich wird jetzt irgendeiner schreiben, was, ich hatte nur eine und ein anderer wird schreiben, ich hatte 20 Karte Karten im Deck. Das mag sein. Meiner Erfahrung nach hatte man nicht so viele Karten im Deck. Man hat sehr viel mit seinen Grundkarten gespielt, deswegen ist es auch interessant, welche Monster-Fraktion man sich auswählt. Wir stellen halt unsere Figürchen dann immer aufs Feld. Wir bornen die sozusagen im Dungeon. Es gibt 20 verschiedene Szenarien, die man spielen kann, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind, die alle so ein bisschen einen Twist mitbringen. Und im Laufe des Spiels spielen wir halt unsere Karten aus. Ganz deckenbildertypisch haben wir 5 Stück auf der Hand, hauen die alle raus oder auch nicht. Man darf die sich auch auf der Hand zurückbehalten für einen eisernen Notstand oder zur Verteidigung. Wenn man zum Beispiel diesen Schleim spielt, der ist jetzt leider nicht hier auf dem Frontcover drauf, gibt auch den Schleim da unten, da ist er, der Schleim. Den habe ich zuerst nochmal gespielt, als ich es ausprobiert habe. Und der ist super witzig, wenn der nämlich angegriffen wird von Helden, dabei sich den Schaden negieren und aufteilen, dann sind da 2 Schleime richtig witzig. Dann gibt es noch den Drachen, den habe ich noch nicht gespielt. Der ist wohl für Kinder ganz gut, weil es nur eine Figur ist. Die anderen Fraktionen bestehen aus mehreren Figuren. Was habe ich denn noch gespielt? Ich hatte die Echsen, die sind so ein bisschen auf, also auf jeden Fall eine angreifende Fraktion mit Fernkampf. Die habe ich in der Dreierrunde gespielt und es ist super witzig. Es ist schön zu erklären, es ist einfach zu erklären, kurz zu erklären. Für Kinder, ja, thematisch von der Optik auf jeden Fall. Macht Spaß. Dennoch, zu klein dürfen die Kinder, glaube ich, nicht sein. Sonst macht es denen wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Was steht denn auf der Verpackung? Ab 12, ja, würde ich mitgehen, vielleicht auch schon ab 10 oder ab 8, je nachdem, wie fit das Kind ist. Und, ja, ist super süß von der Optik. Was man jetzt nicht erwarten darf, ist ein mega krasser strategischer Klopper. Meistens ist es, ja, relativ offensichtlich, was man machen kann, was man macht. Manchmal hat man eine Entscheidung, mache ich jetzt lieber das, mache ich mal das. Oder in welche Richtung hauche ich mein Deck an mit den paar Karten, die ich reinpacke. Aber auf jeden Fall ein lustiges Spiel, wo man auch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, ein bisschen auch dabei quatschen kann. Was jetzt eigentlich zu sehr fordert. Und man es halt auch gut kooperativ mit der Familie spielen kann. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich werde es hoffentlich auch noch öfter spielen. Meine Freundin fand es nicht so gut, aber meine Spielegruppe fand es gut. Wir haben es da zu dritt gespielt. Wobei ich sagen muss, zu zweit kam es mir schwerer vor von der Machbarkeit des ersten Szenarios. Das nehme ich jetzt mal als Referenz. Als in der Dreierrunde. In der Dreierrunde konnten wir das irgendwie viel besser managen. Ein Kumpel von mir hat die Zauberer gespielt. Er hat einfach in jeden Raum Portale gesetzt. Sodass es für uns letztendlich, für unsere Figuren kaum einen Unterschied gemacht hat, wo man stand. Also vielleicht haben wir auch einfach eine richtig geniale Kombination an Fraktionen oder an Monsterklassen gewählt, die uns da den Sieg sehr leicht beschert haben. Wenn ich es aber, ich werde es ja häufiger spielen. Ihr kriegt ja jetzt immer hier so Momentaufnahmen von mir. Wenn ich es jetzt auf jeden Fall nochmal spielen werde, dann kriegt er da auf jeden Fall ein Update, was sich da so tut und wie sich meine Meinung dazu verändert oder auch nicht. Auf zum nächsten Spiel. Ein Spiel, was ich leider auch nicht habe. Und ich sage leider und da wird sich Marei freuen, dass ich das jetzt sage. Marei von der Spielbar. Ein paar Grüße gehen raus. Wenn ich Sie nicht schon bei einem anderen Spiel gegrüßt habe, genau bei dem Hackmack-Spielabend habe ich es schon erwähnt. Sie beschwärzt ja immer, dass ich Sie kaum in meinen Videos erwähne. Lüge. Auf jeden Fall, Grüße raus an dich und Marei. Normalerweise besteht 70% ihres Kanals aus meinen Spielen, die Sie immer mit mir spielen. Spaß. Aber irgendwie stimmt es ja doch schon. Jetzt hat sie mir mal ein richtig spannendes Spiel gezeigt und da bin ich auf jeden Fall mega dankbar, dass sie mir das Spiel gezeigt hat. Und zwar handelt es sich um Mlem. Mlem ist ein Spiel, auch ein Push-Your-Luck-Spiel. Irgendwie habe ich es heute mit dem Push-Your-Luck-Spiel. Wo es darum geht, ihr habt eine kleine Katzen-Crew, einen Katzen-Astronauten und die starten mit einer Rakete und so weiter. Es geht in den Orbit hinaus, in den Weltraum hinaus, um coole Katzen-Planeten zu entdecken. Es ist super witzig gemacht. Und ja, wer am weitesten kommt, beziehungsweise wer seine Astronauten am geschicktesten oder auf die besten Plätze, beziehungsweise so platziert, dass er am meisten Punkte kriegt, hat am Ende gewonnen. Dabei müsst ihr halt immer überlegen, wie lange bleibt ihr noch in der Rakete, wie zuverlässig ist euer Käpt'n, beziehungsweise wie würfelstark ist euer Käpt'n. Wann steigt der lieber vorher aus? Und vor allem auch, was für Astronauten schickt ihr mit? Weil je nachdem, was für Astronauten mitgeschickt werden, könnt ihr den Flug der Rakete beeinflussen. Beispielsweise startet ihr weiter vorne oder ihr könnt euch auf den letzten Planeten zurückfallen lassen, wenn die Rakete mal abstürzt und so weiter. Es ist super süß gemacht. Ich mag es total gerne und ich werde es mir auch holen, sobald es verfügbar ist. Im Januar kommt das wohl raus, weil mir hat es echt gut gefallen. Das ist auch auf jeden Fall ein Spiel, was man sehr gut mit der Spielegruppe, die schon lange Spiel spielen kann, die werden Spaß haben. Man kann es mit Leuten spielen, die noch nie gespielt haben, die werden Spaß haben. Und auch das Material ist premium. Man hat eine so schöne, schöne Neoprenmatte, auf der sich die Rakete vorbewegt. Man hat schöne Würfel, die dabei sind. Das hat mir echt sehr gut gefallen und ein sehr, sehr schönes Push-Hör-Lack-Spiel. Also das kriegt von mir auf jeden Fall die Daumen hoch und meine Empfehlung. Das nächste Spiel habe ich mal wieder selber im Repertoire. Auch ein Spiel, was ich gerne schon seit dem letzten Jahr besessen hätte. Was auch richtig cool für meinen Casino-Abend gewesen wäre, aber jetzt im Casino-Abend 2.0 bei mir kommen wird. Und zwar Ready, Set, Bet. Jetzt auch auf Deutsch auf Strohmann. Ne, nicht auf Strohmann-Games, bei Strohmann-Games. Ein Spiel, was aber letztendlich ist egal, ob es auf Deutsch ist oder nicht. Solange man die Anleitung sich auf Englisch geben kann, weil das Spiel ist komplett sprachneutral. Aber jetzt war es auf Deutsch da, es war sogar günstiger auf Deutsch. Von daher ist das ja natürlich ein No-Brainer, in welcher Sprache man es hier dann nehmen wird, als Muttersprache Deutsch. Ready, Set, Bet. Es geht um ein Pferderennen. Und zwar wettet ihr darauf, welches Pferd als erstes die Ziellinie passiert. Wobei nicht nur, weil ihr könnt auch noch Nebenwetten abschließen. Ihr könnt auch darauf wetten, welches Pferd vor welchem ist. Je nachdem, welche Nebenwetten offen liegt. Ihr kriegt noch Spezialfähigkeiten im Laufe des Spiels, die ihr euch ausrufen könnt. Immer aus zwei Karten, sodass ihr euch auch so eine kleine Fähigkeits-Engine, eine Wett-Engine sozusagen aufbauen könnt. Müsst ihr aber nicht nehmen. Ihr könnt es auch ganz klassisch mit Wetten spielen. Wie funktioniert das Prinzip? Ihr könnt es entweder mit einem Moderator spielen oder mit einer App. Egal wie ihr es spielt, das Prinzip ist gleich. Ihr habt Pferde auf einer Rennstrecke. Die Pferde sind nummeriert. Die gehen zum Beispiel, also ein Pferd hat die Nummer 7, 8, 9 und so weiter. Die äußeren Pferde, die haben zwei Nummern, beispielsweise 11 und 12 oder 2 und 3, weil es werden immer mit zwei Würfeln gewürfelt. Und je nachdem, welche Zahl der Würfel sagt, das Pferd rückt 1 vor. Die Besonderheit, sollte ich eine Zahl nochmal würfeln, dann kriegt das Pferd so einen kleinen Boost, je nachdem, welches Pferd es ist. Nehmen wir mal beispielsweise Pferd Nummer 11, 12. Das darf dann nochmal extra, ich glaube, 4 Pferde waren es oder so, kriegt das dann nochmal einen Boost nach vorne, also holt extrem auf und kann sich auch so durch solche Würfelaktionen dann den Sieg sichern. So eine 7, die statistisch mit zwei Würfeln häufiger gewürfelt wird, kriegt keinen Boost, weil sie sowieso kontinuierlich immer ein bisschen nach vorne geht. Somit ist das Ganze so ein bisschen ausgeglichen und macht das Wetten auf die Pferde spannend. Und spannend ist es halt auch, wann setze ich denn meine Wette? Wann mache ich das denn? Weil die Plätze sind nicht unendlich viele und nicht unendlich lange verfügbar. Denn eure Mitbewerber, die wollen auch ihre Chips auf die möglichst besten Wettpositionen platzieren und sind dabei meistens auch relativ fix bei dem Spiel unterwegs. Und dann kann es sein, dass ihr wisst, okay, das Pferd wird gewinnen, höchstwahrscheinlich, aber der Platz zum Wetten ist nicht mehr da. Von daher müsst ihr auch manchmal so ein bisschen Risiko eingehen. Und dieses Pferdewetten-Feeling, also ich war noch nie auf einer Rennbahn, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob man auf einer Rennbahn wäre. Die Stimmung ist gut von den Leuten. Alle sitzen da konzentriert und feuern die Pferde an. Ich habe das Ganze zweimal moderiert und das hat richtig Spaß gemacht. Natürlich ist die Stimme danach ein bisschen heiser. Ich habe auch mal mitgemacht. Ehrlich gesagt hat mir sogar das Moderieren mehr Spaß gemacht, als das Mitmachen. Ich will jetzt auch nicht schlechtreden. Es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht mitzumachen. Nur hat mir das, ja, ich mag das moderieren, aber auch irgendwie deswegen, ja, ist das Spiel eigentlich doppelt auch was für mich. Wenn ihr gerne moderiert, beziehungsweise auch wenn ihr nicht moderiert, dann könnt ihr die App dazu nehmen. Da sagt euch dann auch so eine Stimme, was ihr dann, welches Pferd wann wie vorrückt. Ansonsten kann der Moderator leider nicht mitspielen. Es gibt eine Variante zum Mitspielen, aber ich habe mir die Regeln dazu durchgelesen, naja, kann man es auch gleich sein lassen. Da kann man einfach den Moderator auch mal durchwechseln lassen, weil das Spiel dauert auch nicht so lange. Ready, Set, Bet. Auf jeden Fall ein gelungenes, auch ein Push-her-Luck-Spiel. Pferde wird ein besonderes Thema. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich werde das in abgewandelter Variante auch demnächst auf meinem Casino-Abend mal vonstatten gehen lassen. Zu Halloween habe ich auch ein bisschen Programm vorbereitet und ein Programm war Room 25. Und wenn ihr jetzt dachtet, der Käse-Dieb, wenn der schon ein Jahr in meinem Regal liegt, dann ist der schon bestimmt abgelaufen. Meine Güte, dann müsste dieses Spiel schon verrottet sein. Ich glaube, das liegt mittlerweile seit sechs Jahren oder fünf Jahren bei mir. Habe ich mir auch irgendwann mal als Schnapper von der Spiel geholt, ohne dass ich es jemals gespielt habe. Ich fand das Thema so geil. Da geht es darum, wenn ihr den Film Cube kennt, dann solltet ihr euch das auch vielleicht auch direkt mitnehmen, abholen. Vorausgesetzt, ihr mochtet den Film auch. Hier geht es darum, wir sind in einer Spieleshow unterwegs und sind quasi Teilnehmer und müssen versuchen, den rettenden Raum 25 zu finden. Weil da, wo wir uns befinden, wir starten mit einem Zentralraum als Gruppe und wir müssen versuchen, durch andere Räume, die angrenzend an diesem Zentralraum liegen, diesen Raum 25 zu finden. Das Problem dabei ist, also das erste Problem dabei ist, diese Räume sind nicht ganz ungefährlich. Es gibt drei verschiedene Typen von Räumen. Einmal ganz normale Sicherheitsräume. Dann gibt es Hindernisse, die uns das vorankommen, so ein bisschen schwieriger machen. Zum Beispiel, die warpen uns dann irgendwo hin, wo wir nicht hinwollen oder es wird schwieriger, sich dann zu bewegen. Man kriegt weniger Aktionen, die man durchführen kann, wenn man zum Beispiel in so einem Kälteraum ist. Oder aber auch, es gibt Räume mit Todesfallen. Da kann es sein, dass man da reintritt und man ist sofort tot. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, erstmal nicht in den Raum zu gehen, sondern erstmal reinzuspähen. Was aber auch wiederum verhindert werden kann, durch Räume, die dunkel sind und so weiter. Also ihr merkt, durch so eine witzige Raumkombination an verschiedenen Raumtypen wird hier mega Spannung erzeugt. Aber wenn das noch nicht genug war, dann spielt man das Spiel natürlich im Verrätermechanismus, so wie ich es natürlich auch getan habe. Und dann sind, wir hatten es jetzt zu acht gespielt, tatsächlich volle Runde. Und wenn man es mit acht spielt, sind zwei Verräter dabei. Und die sind keine Teilnehmer, die sind Wächter. Und die wollen nicht, dass die Leute diesen Raum 25 erreichen. Von daher ist es deren Ziel, zwei Leute das Zeitliche segnen zu lassen. Das war mega witzig. Kritik, leider ist eine bei uns sehr früh ausgestiegen. Er hat es jetzt nicht ausgemacht, aber ich fand es trotzdem doof für sie. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre länger dabei gewesen. Das ist so ein bisschen der Kritikpunkt an dem Spiel, den man da äußern kann, diese frühzeitige Player Elimination. Aber ansonsten, es ist sehr einfach. Es hat super viel Spaß gemacht, weil wenn ihr dran seid oder beziehungsweise funktioniert, ihr habt im Prinzip wenig Aktionen. Ihr könnt in einen anderen Raum gehen, ihr könnt vorher in einen anderen Raum gucken, ihr könnt jemanden in einen Raum schubsen oder ihr aktiviert die Spezialfähigkeit von euren Charakteren oder ihr könnt Räume wie beim verrückten Labyrinth verschieben, sodass so eine Raumreihe rausgedrückt wird und der andere Raum wieder hinten angesetzt wird. Und mit dieser Kombination werdet ihr vorher zwei, ihr habt immer zwei Aktionen, die ihr machen könnt, programmiert ihr quasi, was ihr machen wollt, alle legen das verdeckt und dann geht es los. Dann wird aufgedeckt und jeder macht so sein Ding und da passieren auch sehr witzige Sachen à la Colt Express, falls ihr das Spiel auch kennt. Also auch übrigens Sätze empfehlen. Also mir ist sehr gut gefallen. Ich werde das auch mal meinem Spieltreff vorschlagen. Zeit 45 Minuten. Wir haben jetzt ein bisschen länger gespielt, zu 8, aber okay, Erstpartie und auch zu 8, wirklich die volle Runde, so im Schnitt 45 Minuten, würde ich mitgehen. Das ist nicht so ein langes Spiel. Macht aber auf jeden Fall, also mir jedenfalls, sehr, sehr viel Spaß und auch die Spezialfähigkeit der Charaktere, die sind mitunter recht witzig. Dann machen wir einen kleinen Zeitsprung zurück zum Mareis Spieltreff. Da haben wir nicht nur Heckmack am Bratwurm-Ecke spielt, sondern Marei hatte auch einige Spiele vorbereitet. Sie ist wohl großer Scream-Fan, habe ich mir sagen lassen und da hat sie sich einfach mal blind ein Scream-Spiel aus den UK bestellt und ja, wir waren uns alle einig, dass das Spiel Zeitverschwendung war. Was cool zu einem Spiel war die kleine Scream oder wie heißt das denn? Scary-Face-Figur da, die drin war, halt vom Scream, die war echt stylisch, war echt cool, die kann man sich gut ins Regal stellen, aber das Spiel an sich, ja, worum geht's? Man hat halt, man spielt's kooperativ, man hat verschiedene Karten, man hat so eine Raumkarte vor sich mit Symbolen, man muss gucken, dass man die richtigen Symbole von diesem Raum auf der Hand hat und wenn man sie ablegt, dann hat man diesen Raum geschafft und so muss man sich gemeinsam durch so einen Raumstapel durchackern. Das Doofe ist halt, es gibt so eine Ortsplätzchen oder so ein Ort Cardboard in der Mitte, wo diese Scream-Figur draufsteht und da, wo die ist, ist halt doof, da können wir keine Orte ablegen. Gleichzeitig sind wir auch noch unter Zeitdruck, das heißt, das Ganze ist ein Echtzeitspiel, denn dieser Scream, das finde ich eigentlich thematisch ganz cool, der ruft immer an und sagt mir, ja, ich spiele da so und so, du musst jetzt das und das machen, sonst passiert das und das. Und wenn man mal die Bedingungen nicht erfüllen kann, wenn es ganz doof läuft, dann fliegt man raus und sobald einer raus ist, ist auch für alle anderen Game Over, dann ist Ende, dann wird nicht mehr weitergespielt und, ja, das ist das ganze Spiel. Also, wenn man halt schon ein bisschen im Hobby ist, auch nur einen Hauch Brettspiele gespielt hat, dann merkt man schnell, dass dem relativ viel Luft rausgeht und wenn man dann auch noch das Echtzeit jetzt nicht unbedingt mag oder nicht unbedingt in der Stimmung dafür ist, dann ist ganz am Ende und, ja, wir fanden es halt alle ist nicht so pralle, die es mitgespielt haben. Dann habe ich auch wieder ein Push-A-Lack-Spiel. Meine Güte, es ist echt, es ist schlimm, ich muss es zugeben. Es sind echt, echt viele Push-A-Lack-Spiele. Vielleicht ist das so, so meine, ja, meine Gegenstrategie zu dem Hegemoni, dass ich mir jetzt ganz viel kurze Push-A-Lack-Spiele rausgesucht habe, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Habe ich auch schon sehr lange in meiner kleinen geheimen Truhe, ihr wisst, wenn ich 1500 Abonnenten habe, erreichen sollte, dann werde ich euch mitnehmen und dann gehen wir mal meine Schatztruhe durch mit den kleinen Spielen. Taiwan Snackbar ist ein so ein Spiel aus meiner Schatztruhe. Das ist ein Spiel, ja, so eine Art, ja, Push-A-Lack-Russisch-Roulette à la Exploding Kittens so ein bisschen und thematisch geht es darum, ihr habt hier halt diese netten Anime-Damen, die euch in verschiedenen Posen verschiedene asiatische Gerichte servieren wollen, die habt ihr auf der Karte und ihr startet, indem ihr zum Beispiel eine 2 ausspielt und sagt, das sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Dumplings, also Klößchen oder irgendwas anderes, Fried Rice oder irgendwie so, das könnt ihr ausspielen. Die Zahl sagt dann immer an, was bedient werden muss. Also ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt eine 2 und jetzt, wer da als nächstes dran ist, legt auch eine 2 drauf, um das zu verlängern. Dann sind es im Prinzip für den nächsten 4 und er muss auch wieder eine 2 legen, dann sind es für den nächsten 8. Was heißt für den nächsten 4 oder 8? Das heißt für den nächsten 4 oder 8 Karten zu ziehen, wenn ich die Kette von 2 nicht erweitere. So, warum sollte man nicht einfach Karten ziehen? In diesem Zugstapel mischt man, je nachdem wie man das Spiel konfigurieren möchte, Fullkarten, also dass man Platzkarten rein quasi, dass man halt nicht mehr kann. Und wenn man halt sich Karten zieht, kriegt man halt weiter Essenskarten mit Nummern drauf, aber wenn man Pech hat, zieht man halt auch so eine Vollkarte, das weiß man nicht, wo die in den Stapeln stecken. Und dann ist man, ist man erstmal, ja, nee, ist man raus, das wäre so eine Variante, aber dann kriegt man erstmal auf jeden Fall einen Minuspunkt. Wer zuerst drei Minuspunkte hat, beendet das Spiel und wer am wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt das Spiel. Und klar, wenn man aber sagt, okay, ich fresse das ganze Zeug jetzt, was ihr mir hingelegt habt und Karten ziehe und es ist keine dabei, dann bin ich natürlich extrem stark aufgestellt, weil ich halt viel auf andere Zahlen erwidern kann, die gelegt werden. Zusätzlich gibt es dann noch lustige Effektkarten, zum Beispiel, dass ich die Richtung ändern kann nach dem Motto, ja, ich muss das jetzt gar nicht essen, sondern der andere muss wieder auf seine eigene Karte reagieren oder ich wähle einen Spieler aus, bei dem es dann plötzlich weitergeht und der Rest wird übersprungen oder eine Karte mehr, ich erweitere also nur um eins, ohne dass ich die richtige Karte haben muss zum Legen. Ist sehr witzig, ist aber ein Push-Air-Luck-Spiel, müsst ihr wissen. Ich habe es total gerne, ich spiele es sehr gerne, es hat wieder richtig Spaß gemacht, das Ding zu zocken. Aber auch hier, wir haben es in einer siebener Runde gespielt, das war schon sehr viel, auch hier würde ich sagen, auch wenn man da draufsteht, man kann es bis zu zehn spielen, fände ich es schöner in einer kurzen Runde, weil dann fühlt es sich irgendwie frischer, knackiger an, man ist schneller dran. Aber auf jeden Fall, ein sehr, sehr witziges Spiel. Taiwan Snackbar, auf asiatisch, oder man findet es auch unter Tempura, das Spiel. Müsst ihr mal gucken, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Dann habe ich mehrere Runden Tiger and Dragon gespielt, sowohl mit der Freundin als auch mit Freunden. Im Spieltreff ist es leider noch nicht auf den Tisch gekommen, sonst hätte ich dann noch eine dritte Runde gehabt, mit der ich es hätte testen können. Ein abstraktes Spiel, was inspiriert wurde von dem japanischen, wartet, ich hab's gleich, ich hab's gleich, Goiza steht drauf. Und zwar geht es darum, man hat so kleine, coole Dominosteine, die man vor sich aufstellt. Und wenn man dran ist, dann kann man entweder Seme oder Uke machen, je nachdem, wie es aussieht. Also wenn man abgewehrt hat oder anfängt, dann macht man Seme, also man greift an, man legt einfach einen Stein in die Angriffsposition rein, man hat so ein Tableau vor sich, Angriff oder Abwehr, zum Beispiel eine 7. So, und dann geht's reihum. Dann müssen die anderen halt gucken, okay, will ich diesen Stein abwehren oder lasse ich den durchgehen? Kann ich ihn überhaupt abwehren? Weil, wie wehrt man ab? Wenn ich eine 7 vor mir habe, die bekämpft werden muss mit Uke, also Abwehr, dann muss ich auch einen 7er Stein in meinen Abwehrbereich legen. So, schaffe ich das oder mache ich das? Dann habe ich erfolgreich abgewählt und ich kann den nächsten Seme Angriff starten und lege wieder ein Steinchen. Und so geht das 3 um. Das klingt jetzt super trivial, mega trivial, aber es hat eine spannende Metertiefe, die man relativ schnell erreicht, gerade weil es so einfach ist. Das macht auch den Reiz aus. Das ist so ein Spiel, was man immer und immer wieder spielen kann und immer besser werden kann und immer mehr Sachen überdenkt und überlegt, die im Spiel drin sind, weil man kann halt so ein bisschen drauf schielen, gucken, wie viele Steine sind gerade noch im Spiel beziehungsweise welche Steine wurden schon gespielt. Man kann sich das auch leicht merken, weil die 1 gibt es zum Beispiel nur einmal, die 2 gibt es zweimal, den Stein 3 gibt es dreimal, den 4 viermal und so weiter. Ihr habt das Prinzip verstanden. Zusätzlich gibt es auch noch den Tiger und den Dragon Stein. Der Dragon, der kann beispielsweise jeden Angriff beziehungsweise jede ungerade Zahl abwehren und der Ukelstein kann jede gerade Zahl abwehren. Dafür sind die extrem kacke im Angriff. Wenn ich die im Angriff spiele, dann können die von jedem gerade bzw. ungeraden geblockt werden. Je nachdem, ob ich Tiger oder Dragon habe. Zusätzlich gibt es noch unterschiedliche Siegbedingungen. Es gibt so Dojo-Karten und je nachdem, wie fortgeschritten man im Spiel ist, kann man andere Dojo-Karten spielen, sprich andere Wertungen fordern. Und das macht echt den Reiz aus. Es ist cool, es ist einfach. Was ich aber zugeben muss, es ist verdammt teuer für das, was es ist. Also 35 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Ich weiß nicht, die UVP 40, keine Ahnung. So in dem Bereich bewegt sich das. Müsst ihr wissen, ob es euch das wert ist. Ich bin letztendlich froh, dass ich es habe. Dennoch ist es halt sehr teuer. Aber es ist auf jeden Fall cool. Es hat diesen asiatischen Flair. Es macht auch Bock. Also die Haptik ist halt auch geil. Und man hat halt diese Steinchen, die man so vor sich stellen kann. Man kann so ein bisschen tüfteln und kommt halt ziemlich schnell in ein sehr spannendes, cooles Metagame rein, finde ich. Das Ganze ist übrigens von Oint Games. Würde man jetzt gar nicht denken, weil die Packung so groß ist. Normalerweise sind Oint Games so die Hälfte von der Packung. Aber tatsächlich, das ist ein Oint Game. Einfach nur so als Side-Fact. Auf zum nächsten Spiel. Dann kam noch ein Party-Kracher auf den Tisch. Ich habe es einfach mal aus Spaß zum Spieletreffen in Iserlohn mitgenommen. Und dann wurde das Ding geballert und geballert. Es wurden zig Runden gespielt von Top Ten. Dem Party-Spiel schlechthin. Also wenn ihr ein Party-Spiel sucht, wäre eine meiner ersten Empfehlungen. Neben Just One natürlich. Top Ten hat richtig gezündet. Es hat den Leuten richtig viel Spaß gemacht. Teilweise hat es sogar mehr Spaß gemacht, als mir nach der vierten, fünften Runde. Da habe ich gesagt, ich will so ein anderes spielen. Und die Leute hätten immer noch Bock gehabt, das weiter zu spielen. Na, heißt schon was? Oder sagt was über das Spiel aus? Wie funktioniert es überhaupt? Einmal kurz für euch. Und zwar, ihr wählt einen Käpt'n, der das ganze Spiel beginnen soll. Ich spiele das Ganze kooperativ. Und ihr habt so kleine Chips, je nach Spieleanzahl. Die zeigen auf der Vorderseite Einhörner, auf der Rückseite so kleine Kackhäufchen. Und ihr wollt versuchen, dass möglichst bis zum Spielende alle Chips Einhorn-Chips bleiben und nicht in Kackhaufen umgewandelt werden. Wie werden diese Dinger in Kackhaufen umgewandelt? Passt auf. Und zwar, als Käpt'n zieht ihr so eine Karte, so eine thematische Karte, die sind Vorder- und Rückseite bedruckt, mit jeweils zwei Situationen da drauf. Und so eine Situation kann zum Beispiel sein, wenn man schon Äpfel nicht mit Birnen vergleichen darf, womit kann man sie dann vergleichen? Von völlig absurd bis quasi das Gleiche. Oder, ich habe auch noch was Lustigeres erwartet, wo war das denn? Mache mit Geräuschen nach, wie du deine Körperbehaarung mit Wachs entfernst, von tut gar nicht weh bis Todesqual. Und also lustige Sachen sind da dann drauf. Ihr mischt dann ein Set an Karten, Zahlen 1 bis 10, verteilt die und je nachdem, was die anderen dann für Nummer haben, müssen die versuchen, eine Antwort in diesem Zahlenspektrum zu geben. Und Aufgabe des Käpt'ns ist es, unter anderem kriegt ihr natürlich auch eine Karte, das Ganze zu erraten, wo wer in diesem Bereich liegt. Und wenn er das schafft, richtig zu machen, das heißt, wenn das Team gut spielt, dann wird kein Einhorn in einen Scheißhaufen geflippt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man ziemlich viel Kackhäufchen am Anfang einsammeln. Und es ist super witzig. Also es macht super viel Spaß. Die Karten sind auch sehr kreativ, muss ich sagen. Es sind super witzige Situationen, die man auch ruhig öfter spielen kann, auch mit verschiedenen Gruppen. Sehr, sehr coole Spiele. Es gibt wohl auch eine 18er-Variante. Ja, da sind eigentlich schon ein paar pikante Fragen drin. Aber wenn man es richtig hart möchte in die Richtung, dann holt man sich diese 18er-Variante. Ist bestimmt auch bei einem Junggesellenabschied oder weiß ich nicht, bei einer Studentenparty oder sowas. Ist das bestimmt auch der Reißer, so eine 18er-Variante. Ich hätte es zu der Zeit auf jeden Fall sogar wahrscheinlich bevorzugt und gekauft. Jetzt bin ich froh, dass ich auch diese harmlose Variante habe, die man eigentlich auch mit ihm spielen kann. Dann habe ich noch ein Spiel gespielt, was mich sehr, sehr überrascht hat. Und zwar im positiven Sinne. Denn ich hätte nicht zwangsläufig gedacht, dass dieses Spiel mir gefällt. Und zwar Game Factory hatte auch wieder ein paar Neuheiten, hat uns Influencer gefragt, welche wir denn ganz cool finden. Und dann habe ich mir geguckt, was sie so im Portfolio haben an Neuheiten. Und da war unter anderem Tracking, reise durch die Zeit. Und irgendwie hat es mich vom Cover angesprochen. Okay, ein großes Spiel bei Game Factory. Ja, keine Ahnung. Okay, eigentlich haben die ja mehr kleine Spiele. Schaust dir mal ein großes an. Da habe ich geguckt, worum es geht. Das hat mich ehrlich gesagt auch nicht so angesprochen vom Thema. Was mir aber aufgefallen ist, dass es extrem viele gute Bewertungen hatte und eine extrem hohe Materialqualität. Da habe ich gesagt, Grund genug haut mir her das Ding. Ich gucke mir das an. Und es hat mich echt positiv überrascht. Warum? Worum geht es da erstmal? Wir sind Zeitreisende und müssen versuchen, durch verschiedene Zeitepochen zu reisen. Das machen wir, indem wir aus einer Auslage immer Karten nehmen, auf denen verschiedene historische Ereignisse zeitlich eingeordnet in der Jahreszahl liegen. So, wenn ich mir davon was wegnehme, dann packe ich das in meine aktuelle Etappe. Ich kann immer nur eine Etappe haben und die muss ich chronologisch vorführen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas nehme, mir eine Karte von 900, dann darf ich keine Karte ziehen, die 600 gespielt hat, sondern dann muss ich eine nehmen von, keine Ahnung, zum Beispiel 1138 und das Ereignis dann da dran legen. Und dann muss ich in der Zeit immer weiter in die Zukunft gehen. Also die Vergangenheit muss chronologisch abgearbeitet werden. Wenn ich das nicht kann, weil nicht die entsprechenden Karten liegen, dann muss ich halt meine Etappe schließen und eine neue Etappe beginnen. Je mehr Karten ich aber in einer Etappe schaffe, desto mehr Punkte bekomme ich. Und zusätzlich sind auf diesen Karten auch noch so Symbole drauf. Das heißt, ich bekomme so kleine, kleine, coole Plastikchips in verschiedenen Farben und Formen, die ich auf meinen sogenannten Reiseplaner packe. Ich habe nämlich noch einen Reiseplaner, je nachdem, wie fortgeschritten man im Spiel ist, zieht man den zufällig oder man wählt einen von vier aus, die man pro Runde, wählt man einen dann aus von vier, die man anfangs bekommen hat, den man dann in dieser Runde füllen möchte. Füllt man den geschickt, kriegt man auch da ordentlich Punkte. Also Punkte reißt ihr, indem ihr möglichst lange Etappen macht und oder euren Reiseplaner geschickt füllt. So, das Ding ist, zum einen, ihr konkurriert mit den anderen so ein bisschen um die Plättchen, die ausliegen, die Karten, die Reisekarten, die ausliegen, nicht die Reisekarten, die Ereigniskarten, die historischen Ereigniskarten, die ausliegen. Zum anderen haben diese Karten auch einen Zeitwert. Ihr habt nämlich so eine große Zeituhr und es ist immer derjenige dran, der am weitesten zurückliegt und manche Zeitkarten sind ein Schnapper. Die bringen euch nicht weit vor in der Zeit. Das ist gut, weil dann beendet ihr die Runde nicht so schnell. Dann könnt ihr nämlich in der Runde noch viel mehr Karten ziehen. Andere, die haben eine Zeitanheit von vier. Das heißt, ihr geht zum Beispiel vier Felder vor, aber dafür bekommt ihr auch viele Chips für euren Reiseplan. Dann müsst ihr ja immer abwägen. Also das Spiel ist super simpel und super schnell erklärt. Ich würde sagen, ein absolutes Familienspiel, aber das Besondere ist, selbst als Vielspieler habt ihr hier spannende Entscheidungsmöglichkeiten und ich finde es gut, obwohl es wirklich wenig Interaktion hat, weil es auch einfach sich schnell spielt. Also es ist super unverbindlich. Ich kann es gar nicht erklären. Also es ist einfach ein Feel-Gutspiel für mich. Also es hat Spaß gemacht. Das Material ist geil. Man hat auch hier wieder so eine Neopren-Matte als Spielfeld. Diese Chips sind super wertig. Es hat ein richtig cooles Inlay. Okay, es passt einfach rund um das Paket. Auch hier, ich halte die Spiele viel zu wenig in die Kamera von der Rückseite, dass ihr mal Spielmaterial seht. Ich hoffe, ich denke aber auch ein paar an Einblendungen. Hier seht ihr mal so ein bisschen, wie es aussieht. Und ja, es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Ein richtig cooles Spiel. Hat auch noch so eine Variante mit so Aktionen, die die Runde immer verändern, weil wir spielen insgesamt drei Runden. So wäre jede Runde so ein bisschen unterschiedlich, mit ein bisschen anderen Regeln, wenn man die dazu nehmen möchte. Und es ist ein cooles Ding. Und meine Freundin liebt das Spiel auch. Wir haben es schon drei, vier Mal gespielt, weil es ihr so gut gefällt. Und ja, auf jeden Fall hat das Ding meine Empfehlung und hat mich absolut positiv überrascht. Tracking. Reise durch die Zeit. Und wir reisen jetzt zum nächsten Spiel. Langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende. Und ich habe hier auch noch ein Spiel, was mich auch wieder ein bisschen überrascht hat. Ist jetzt was Kleines, nichts Besonderes, und zwar Trophys. Trophys ist auch so eine Art Partyspiel. Und als ich mir die Regeln durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das klingt gar nicht so wirklich nach einem Spiel. Macht das wirklich so viel Spaß. Mal gucken. Aber auch hier, ich habe es einmal bei mir zu Hause ausprobiert. Ich habe es einmal mitgenommen in Spieletreff und beide Male hat es gezündet. Beide Male fanden die Leute das irgendwie cool, weil es halt so einfach und so. Es ist wirklich, ich erkläre euch mal eben kurz die Regeln. Und zwar, ihr habt Karten mit Buchstaben drauf. Zack, werden nicht geblendet. Karten mit Buchstaben drauf. Und die Buchstaben sind vorne. Dann habt ihr den Stapel mit der Rückseite und auf der Rückseite stehen Kategorie. Beispielsweise hier Wort mit drei Buchstaben. Chemischer Begriff, Beruf, Restaurant oder Gefühl. Und wenn das T zum Beispiel davor liegt, dann müsst ihr nichts anderes machen, als Spielleiter, als Moderator, zu sagen, okay, einmal bitte ein Beruf mit T. Und ja, wem dann zuerst so etwas einfällt, wie Teppichknüpfer, Tortenhersteller, keine Ahnung. Das sind manchmal, man ist halt unter Zeitdruck, weil man muss die Begriffe schneller sagen, als die anderen. Wenn man als erstes einen guten Begriff sagt, dann bekommt man diese Karte. Wer am Ende am meisten Karten gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Und da drin ist auch Order. Die Zeit nehmen wir uns. Ist auch dieser coole, kleine Metallpokal. Der ist wirklich massiv. Damit kann man jemanden erschlagen. Falls ihr das wollt, könnt ihr auch das Spiel aus dem Grund kaufen. Trophys. Hat den Leuten echt viel Spaß gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Aber muss man auch in der Stimmung sein, weil es ist auch ein Reaktionsspieler, muss man schnell sein. Aber super schnell gespielt und super schnell gelernt. Und weiter geht es Richtung Ende meiner riesigen Gespielt-Liste. Und zwar nochmal mit einem Titel, den ich nicht hier habe, aber bei Marai auch wieder gespielt. Und zwar VIP VIP. Rest in Peace, very important person. Wenn man es komplett aufschreiben müsste. So clever, dass ich das weiß. Also, VIP VIP. Worum geht es da? Man hat witzige oder auch weniger witzige Grabsprüche vor sich liegen in verschiedenen Reihen. Ich glaube, es waren 3x3 Raster, also 9 Karten. Dann werden prominente Persönlichkeiten gezogen und es gibt immer eine Person, die heimlich diese prominenten Personen den Gräbern zuordnen muss. Die Gruppe muss versuchen, diese Zuordnung zu durchschauen und zu überlegen, wie könnte sich die Person, die sich die Sachen zugeordnet haben, entschieden haben. Wo könnte man zum Beispiel Benjamin Blümchen zuordnen? Wo könnte man aber auch ein Osama Bin Laden zuordnen? So, jetzt habt ihr auch mal eine Range, was für Arten von Personen da drin sein könnten. Von Benjamin Blümchen bis Osama Bin Laden ist alles vertreten. Und ja, das ist es dann. Also es ist relativ witzig, hat mich jetzt nicht mega vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Die Idee ist relativ kreativ, muss ich zugeben. Vielleicht brauchst du auch noch, eigentlich brauchst du da keine mehr, um die Spieltippe von sowas zu bemerken oder zu erfahren. Müsst du halt wissen, ob das euer Ding ist. Er ist natürlich auch sehr mobile, sehr makaber. Wenn man es mal so ein bisschen ein morbideres Partyspiel haben möchte, dann kann man das auch spielen. Ich glaube aber auch, dass es halt ein Spiel für Leute, die gerne ins Hobby einsteigen, die mit sowas halt noch hinterm Ofen hervorzulocken sind. Ja, RIP VIP ist auf jeden Fall eine Geschmacksfrage. Wie gesagt, ich schlecht fand es nicht. Es war unterhaltsam, es war witzig. Aber jetzt zum Beispiel ist für mich ein Top Ten zum Beispiel nicht als Party, ist keine Konkurrenz für mich als Partyspiel beispielsweise. Gehen wir zum nächsten Spiel. Volto! Und zwar, ihr wisst, ich mag abstrakte Zwei-Personen-Spiele auch ganz gerne, die so ein bisschen schachähnlich sind. Onitama und Hive etc. Was es da nicht alles gibt. Und da habe ich einen neuen Vertreter auf der Messe gefunden beziehungsweise schon in meiner kuratierten Liste vor der Messe. Und das ist Volto. Volto könnt ihr euch auch so schachartig vorstellen. Man hat ein 5x5 Feld und die Figuren, das ist der Clou, die sind nicht wie beim Schach alle unterschiedlich, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Nein, die sehen alle gleich aus. Das sind alles so kleine Masken. Könnt ihr hier sehen. Also so kleine Maskenmänner oder Maskenfrauen, was auch immer. Und die haben aber einen Kniff. Nämlich die Rückseite. Und auf der Rückseite steht nämlich, was das tatsächlich für Figuren sind. Es handelt sich hierbei nämlich ganz thematisch um venezianischen Maskenball. Und natürlich erkennt man da sein Gegenüber nicht sofort. Aber auf der Rückseite. Das heißt, ihr müsst spitzfinish aufpassen, wie bewegt mein Gegner seine Figuren. Welche Figuren hat er vielleicht noch nicht bewegt und welche Bewegungsmuster hat er bereits ausgespielt, sodass ich vielleicht ein noch nicht ausgespieltes Bewegungsmuster, die er noch nicht bewegt, eine Figur zuordnen kann. Ihr merkt, es ist ein ordentlicher Hirnzwirbler, aber richtig cool. Es macht richtig Spaß, sich da so Gedanken zu machen. Und da es auch nur ein 5x5 Feld ist und jetzt kein 8x8 Feld wie beim Schach, ist es natürlich auch ein bisschen überschaubar. Es sind auch ein paar weniger Figuren. Na, was habt ihr da? Wie viele Figuren sind es denn? Keine Ahnung. 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Figuren habt ihr da. Und ihr könnt auf verschiedene Arten gewinnen. Ihr könnt wieder, bringt ihr eine bestimmte Figur rüber ins, auf ein Feld des anderen oder es werden die zwei Damen geschlagen oder es wird der König. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber im Prinzip repräsentiert er den König wie beim Schach. Wenn der geschlagen wird, ist auch Ende. Es gibt echt interessante Figuren und Bewegungsmuster, wo man auch überlegen muss, wann spielt man die, zum Beispiel eine Ritter, der in einer Gran Linie einmal voranprescht und alles weghaut, was ihm im Wege steht, beziehungsweise die erste Figur, die im Wege steht. Super spannend. Habe ich bis jetzt auch schon ausprobieren können. Genau, sonst würde ich es ja auch nicht in die Kamera halten. Und da würde es mich auch reizen, viele, viele Partien zu spielen. Aber wie das ist, man braucht dann halt wirklich exakt eine Person, mit der man spielen kann. Ja, ich hoffe, ich finde da Leute, die das mit mir spielen. Weil ich finde es richtig cool. Also für Leute, die abstrakte Zwei-Personen-Spiele mögen, ich finde es super cool und kreativ, dass man halt nicht sieht, was für Bewegungsmuster die anderen haben, dass man sich das auch so ein bisschen deduzieren, erschließen muss und sehr, sehr, sehr cool. Und was ich auch noch sagen möchte, zu diesem Spiel, ist, dass eine Neopren-Matte auch dabei liegt. Also es fühlt, ich finde mit Neopren-Matte das ist irgendwie alles geiler, so ähnlich wie bei Double R. Also Double R ist geiler. Finde ich auch nochmal, das ist ein Pluspunkt, den man bei dem Spiel hervorheben kann. So, dann noch ein Spiel, wo ich mir überhaupt nicht in meiner Essen-Primor-Liste sicher war, ob ich es mir überhaupt holen möchte, bis ich gelesen habe, dass Waterfall Park eine Reimplementation von Chinatown ist. Und Chinatown ist ein Out-of-Print-Spiel, was knallharte Verhandlung ist. Und knallharte Verhandlung fehlt mir so ein bisschen. Ich habe zwar Kuhhandel als Verhandlungsspiel, ich habe die Estates so ein bisschen als Verhandlungsspiel. Alles sehr geile Spiele, aber das ist wirklich pure Verhandlung, richtig krass. Und das Ding wird als Familienspiel verkauft. So kam es mir ebenfalls vor, so sieht es auf jeden Fall von der Optik aus. Und was sagt die Altersbeschränkung? So, ab 10 Plus kann man spielen. Ich nehme es mal vorweg, ich finde das Spiel mega geil. Dieses Verhandeln kommt richtig raus und stellenweise wurden wir während des Spiels richtig böse gegeneinander. Also das ist das Spiel, das Spiel haut auf jeden Fall Emotionen raus und von denen auch nicht zu wenig. Da wird auch schon mal zwei, drei Runden Groll gehegt und dann aus Prinzip gewisse Verhandlungen erst gar nicht wieder aufgenommen. Ich würde es nicht mit der Familie spielen, weil, wenn ich mir vorstelle, dass man das mit Kindern spielt, die emotional noch nicht so gefestigt sind, manch einer Erwachsener von uns ist das zu stellenweise ja noch nicht mal. Dann kann das sehr böse ändern, Endenstichwort Monopoly, Hypothek aufnehmen, Bankrott, Schlossallee. Ja, so viel dazu. Also es ist ein sehr cooles Verhandlungsspiel. Ich würde es mir aber zweimal überlegen, ob ich es mit meiner Familie spielen würde. Mit gestandenen Persönlichkeiten kann man es auf jeden Fall spielen. Es geht darum, man hat halt diesen Waterfall Park und da sind wir alle zusammen unterwegs. Wir ziehen Karten und zwar Bauplatzkarten und wir ziehen Karten Attraktionskarten und all diese Geschichten verhandeln wir. Also wir handeln um diese Bauplätze selbst und wir handeln aber auch um diese Attraktion. Bauplätze, die uns gehören, markieren wir mit diesen farblichen Rahmen. Also es ist wirklich Plastik in dem Spiel dabei, sehr schönes Spielmaterial, was man auf das Spielbrett draufsteckt, um zu markieren, so, da bin ich jetzt feste, das ist mein Bauplatz. So, und auf diese Bauplätze kann man halt diese Attraktion bauen und Ziel ist es, also es gibt zum Beispiel hier Bauattraktionen, dieses Karussell zum Beispiel mit einer 4 drauf. Wenn ich das habe und baue in meinem Bereich, dann möchte ich im besten Fall viel Stück davon haben, weil je mehr ich von einer Sorte aneinander kette, die sich berühren, desto mehr Punkte kriege ich am Ende der Runde. Und, ja, so funktioniert das. Also es ist relativ simpel auch von dem, was es ist. Also vielleicht kam deswegen hin, das mit der Familie. Also es ist wirklich das, was da steht, verhandeln, bauen und dann am Ende Einkommen erhalten wir am Ende der dritten oder vierten Runde war es. Am meisten Einkommen hat gewinnt das Spiel. Im Vergleich zu Chinatown Wars, ich kann jetzt nicht so viel zu Chinatown Wars sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Ich habe mir ein bisschen Foreneinträge dazu durchgelesen. Es soll wohl hier ein bisschen gestreamliter sein. Es sollen kürze Runden sein. Es sollen weniger Runden sein. Ich habe jetzt auch nicht mehr Runden bei diesem Spiel vermisst, muss ich gestehen. Also ich fand es so, wie es ist, fand ich es gut, ohne jetzt Chinatown zu kennen. Und ja, also ein richtig, richtig cooles, krasses Verhandlungsspiel, was auch preislich ziemlich fair ist, finde ich. Ich weiß nicht, was zahlt man dafür oder was habe ich dafür gezahlt? Keine Ahnung, 32 Euro oder irgendwie sowas oder 35? Irgendwo in dem Dreh liegt das. Wenn ihr Verhandlungsspiele wollt, mögt, abkönnt, ganz wichtig, abkönnt, dann schaut euch mal Waterfall Park an. Lohnt sich meiner Meinung nach. Und zum Schluss, das letzte Spiel. Oh, das sieht ja richtig cool aus, wenn das Licht so das spiegelt. Dann seht ihr richtig gut den Wal da drauf. Und der ist auch der Namensgeber von diesem Spiel. Das Spiel heißt nämlich Whale Street. Und mir tut es schon fast leid, euch das Ding vorstellen zu müssen, weil ich es gespielt habe. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, nein, weil es ein sehr geiles Spiel ist. Ein geiles Spiel, was aus Korea kommt, von den Olin Studios. Und das ganze Ding habt ihr auf der Messe eigentlich, hattet ihr eigentlich keine Chance, das zu bekommen. Also man musste es einfach vorbestellen. Wenn man es nicht vorbestellt hat, dann war das Ding ratzfatz sofort weg. Am ersten Tag schon kein Kontingent mehr für Leute, die das so frei kaufen wollen würden. Aber für die Leute, die jetzt sagen, das ist ja voll doof hier, die doofen Influencer, die stellen uns immer Spiele vor, die man nicht bekommen kann. Es ist trotzdem gut, dass wir Influencer oder Content Creator, wie man uns auch nennen möchte. Ich bezeichne mich einfach als Hobby-Enthusiasten, der einfach sein Spielegespräch den Leuten näher bringen möchte. Es ist trotzdem gut, dass wir sowas in die Kamera halten und zeigen und sagen, wenn es uns gefällt, weil unsere Kanäle gucken vielleicht auch manchmal so Verlagsvertreter und wenn die sehen, oh cool, das klingt ja wirklich interessant, was der uns da erzählt, tippern wir uns doch mal den Verlag an, vielleicht gibt es da eine Lokalisation. Also, sei dankbar, dass wir auch solche Spiele vorstellen. Wall Street, worum geht es da? Es geht darum, es ist ein Aktienspiel, klingt jetzt erstmal ziemlich trocken, aber es ist ein super witziges Aktienspiel. Es ist ein Aktien-Partyspiel, wobei Partyspiel auch zu viel gesagt hat. Es ist ein lockeres Aktienspiel, es ist nicht zu trocken. Es fängt schon damit an, dass die Unternehmen, von denen ihr Aktien kaufen könnt, ziemlich cool benannt sind. Ihr seht ja schon, auf dem Cover ist der Wahl drauf. Wall Street, angelehnt natürlich an die Wall Street und die Unternehmen haben auch alle super witzige Namen. Es gibt die Whale Bank, es gibt Netopus, es gibt Shell Motors, es gab es noch Turtle Coffee oder Play Shark oder Crab Soft. Das ist ziemlich witzig. Alles so ein bisschen an die Meeresbewohner angelehnt, die ganzen Unternehmen. Und im Laufe des Spiels müsst ihr versuchen, Aktien erstmal zu kaufen. Immer wenn ihr eine Aktie kauft von einem Unternehmen, dann steigt der Unternehmenswert natürlich auf so einer kleinen Leiste von den Aktien. Das heißt, der Nächste die Aktie von diesem Unternehmen kaufen will. Vielleicht ein bisschen mehr. Interessant ist dann auch, wer am meisten Aktien von einem Unternehmen hat, der ist im Prinzip der Haupt-Shareholder von diesem Unternehmen und darf bestimmen, wie das Unternehmen im Laufe der anderen Phasen agiert. Was kann man da bestimmen? Man kann bestimmen, wie viele Karten oder welche Karten aufgedeckt und liegen bleiben bei diesem Unternehmen und diese Karten entscheiden, wie viel Gewinn das Unternehmen an der Börse macht. Also wie gut das Unternehmen performt, wie hoch der Aktien wegschießt und wie viel Rendite da dann auch das ganze Ding abwirft. Das funktioniert wie folgt. Ihr habt dann halt Karten, die ihr hinlegt und die bilden dann, wenn ihr sie clever aufbaut, mit einem öffentlichen Markt in Kombination eventuell ein Pokerblatt. Und wenn es, je höher und je besser das Pokerblatt ist, im Vergleich zu den anderen Unternehmen, desto weiter oben ist es im Ranking und wirft halt mehr ab, wie was ich gerade schon erzählt habe. Sehr, sehr cooler Mechanismus. Ist ja richtig geil. Also es passt super gut, weil man schiebt dann auch noch Karten aus dem öffentlichen Markt raus. Man muss halt auch so ein bisschen drauf spekulieren, wie performt der öffentliche Markt. Also welche Karten sind da am Ende noch, wenn ich dran bin? Welche Karten sollte ich jetzt von meinem Unternehmen aufdecken? Welche nicht? Zusätzlich haben die Unternehmen auch noch eigene Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel, dass wenn sie da und auf dem Platz oder auf dem anderen Platz sind, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger abwerfen und so weiter. Also richtig cool gemacht. In der Auswertung wird dann halt auch, generieren die Unternehmen auch nochmal Geld neben der Steigerung ihres Aktienwertes und cool ist auch, dass derjenige entscheidet, wer der Hauptshareholder ist, wie viel Rendite das Unternehmen abwirft. Das heißt, jeder, der Aktien besitzt, kriegt pro Aktienkarte, die er hat, dann auch nochmal entsprechend die Kohle ausgeschüttet, die aber von dem Hauptaktionär festgelegt wird. Und da hatten wir so eine coole Situation. Ich dachte am Anfang erst so, okay, supergeiles Konzept, super nett, aber warum oder was hindert uns da dran, einfach nur erst mal Aktien zu kaufen und dann versuchen, das Unternehmen so hoch zu schießen wie möglich. Ich sage euch, was uns daran hindert. Ich hatte mir zum Beispiel in meiner ersten Runde von Turtle Coffee ganz viel geholt und die anderen waren dann neugierig. Die haben sich dann auch ganz viel Turtle Coffee Aktien geholt, weil das Unternehmen stand gut da, war auch relativ günstig. Das haben die sich dann einfach mal eben einverleibt, so ein bisschen. Ich war aber immer Hauptaktionär und ich habe dann gesagt in der ersten Runde, okay, wir haben jetzt richtig geil gewirtschaftet, ich habe die meisten Aktienpakete von Turtle Coffee, ich haue jetzt die komplette Rendite raus, ich schröpfe das Unternehmen so richtig, also ich lasse nichts mehr in den Kassen, ich schütte alles aus, was das Unternehmen gemacht hat und dadurch war das Unternehmen extrem doof aufgestellt in der nächsten Runde, weil das Unternehmen braucht auch wiederum Geld, um neue Pokerkarten oder neue Farb- und Zahlenkarten, um ein Pokerblatt zu generieren, wenn das gut ist, brauchst halt auch wieder ein bisschen Kapital, damit man da ein bisschen rumspielen und ändern kann. Wenn halt alles ausgeschüttet würde, ist das Unternehmen stark und macht das nichts mehr, ist das total unflexibel und das hat dazu geführt, dass alle wiederum die Aktien verkauft haben, aber teilweise ein bisschen zu spät. Ich habe die relativ früh abgestoßen, das Ding ist im Aktienkurs gesunken, die anderen konnten die Aktien dann für nur weniger Geld verkaufen, ich bin dann schnell in ein Unternehmen von Tobi rein, also Marais Freund, Grüße gehen raus, in Netopus, mein Netopus Bro, habe da zum Glück frühzeitig reingewirtschaftet, weil er das Unternehmen immer schön hochgehalten hat, habe ich mega profitiert, gleichzeitig habe ich noch ins andere richtige Unternehmen, Play Shark, investiert, weil der Timo auch, Grüße gehen raus, sein Shell-Moto vor die Wand gefahren hat mit seiner Kartenwahl und richtig gut, also es hat für ein Aktien-Spiel als mega Spaß gemacht und wie gesagt, mein Anfangsplädoyer zu dem Spiel, was halt nicht verfügbar ist, falls das hier ein Verlagsvertreter schaut, schreibt den Verlag an, Olin Games, lasst euch das Ding mal zuschicken als Kopie, um es euch anzugucken und ich fände es mega cool, wenn das Spiel, wo ich jetzt so viel Spaß dran hatte oder meine ganze Runde so viel Spaß dran hatte, werde das vielleicht auch lokalisiert, ansonsten, wenn es nicht zustande kommt, müsst ihr halt ein Jahr warten, vielleicht ist es das nächste Mal nochmal im Essen, ich würde es mir für euch wünschen und drücken wir mal die Daumen, also Wall Street, das hat mich echt positiv überrascht und ich fand es richtig gut und es war einfach ein Glücksgriff, dass ich auch gesagt habe, komm, ich habe es gelesen, worum es geht, ich bestelle es mir blind vor, weil es wahrscheinlich schwer zu kriegen ist und ich finde es mega, also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war es jetzt auch, das war mein Spiele-Rückblick für den Oktober, da war eine Menge Sachen dabei, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es gern in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen einen coolen Tipp für euch dabei hatte, vielleicht habt ihr auch ein paar Sachen, die ich jetzt gespielt habe, von der Messe gekauft und freut euch jetzt noch mehr drauf, für die ich vorgestellt habe und gesagt habe, es ist gut oder es ist schlecht, dann freut euch halt nicht drauf, aber ich hoffe doch, dass ihr euch eine guten Krams kauft. Ja, so sieht es aus. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Was mache ich denn als nächstes? Ich weiß es noch gar nicht. Ja, ich bereite mit Marei auf jeden Fall noch eine Top Ten vor. Ich weiß aber noch nicht, wann ich die bringe, wahrscheinlich erst im Dezember, aber das haben wir ja auch schon bald, von daher müsst ihr euch da nicht so lange drauf gedulden. Seid auf jeden Fall gespannt, was demnächst noch kommt und was ich so mache. Ich denke, das wird gut, auch wenn ich es selber teilweise noch nicht weiß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.